In der Solo-Runde und Freunde schaut euch mal an wie mein Typ aussieht Er hat nur einen Kopf Ähm, also ja Ich weiß nicht genau was das hier gerade soll Ich mach grad die Aufgabe mit den Puzzleteilen Äh, by the way Falls ihr noch ein Puzzleteil braucht Hier in Tilted Towers ist noch eins Falls ihr das noch nicht habt Hier unten Unter dieser Brücke Sack Freunde, ähm Schaut euch mal bitte an wie ich aussehe Also das ist das Alter Das ist doch krank, oder? Also ich habe gerade sowieso Große Probleme mit meinem Internet, Freunde Aber, hallo? Doch nicht so große Probleme Also jetzt mal by the way, wirklich Das ist doch nicht mehr Oh Gott Freunde, ob die Gegner mich auch so sehen Das ist doch krank Hallo Freunde, ich hau mal lieber ab Ey, was ist das denn? Das kann doch nicht sein Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich jetzt überlebe Ich sehe einfach nichts Ich hole mir jetzt noch schnell ein Puzzleteil Das ist auch hier In dieser Höhle von Tilted Towers Also beziehungsweise daneben Hier ist das Dann habe ich glaube ich Ja, da habe ich sieben von sieben Freunde Leute Direkt mal auch eine Herausforderung geschafft Ey Freunde, wie krank ist das denn? Schaut euch erstmal bitte an Wie dumm ist das denn? Wie dumm Wie dumm ist das denn? Ey, wie kann man denn Also jetzt gerade läuft man Internet wieder Wirklich Aber ich hatte die ganze Zeit Probleme Tausender Ping und so Aber Freunde, schaut euch das mal bitte an Das ist doch nicht mehr normal, oder? Also ich meine Der Kopf Ich sehe nur den Kopf Ich habe Ich weiß gar nicht, welchen Skin ich habe Ich habe nämlich auf zufällig gemacht Ich habe die Skins Auf zufällig gemacht Spitzsacke Und Gleiter auch einfach auf zufällig Und jetzt weiß ich noch nicht mal Welchen Skin ich habe Freunde Das ist doch so dumm Guckt euch das mal an Wie ich hier rumlaufe Guckt euch das an Die Spitzsacke schwebt in der Luft Und der Kopf auch Wie behindert ist das denn? Ach du meine Güte Ist das dumm Ich gehe so in der Lobby war das eben auch schon Ich habe gedacht das wäre nur ein Bug oder so Weil es geladen hat Aber nein Es ist die ganze Runde so Das ist doch Guck mal wie dumm ich aussehe Guckt euch das an Freunde Also ich weiß noch gar nicht Ob das jetzt überhaupt eine gute Runde Ich wollte es euch einfach mal zeigen Ich wollte jetzt die Challenge wie gesagt mit den Puzzleteilen machen Dann habe ich auch diesen Ruinskin da bekommen Den habe ich nämlich immer noch nicht Das Video folgt auch jetzt in Kürze Wenn ich den habe Vor allem schaut euch das mal an Das Sturmgewehr Das wackelt in der Luft hin und her Und mein Kopf Ich habe einfach eine Glatze Einfach ein Glatzkopf Einfach ein Glatzkopf Guckt euch das an Wie behämmert sieht das aus? Also ich meine Es stehen ja jetzt die Weltmeisterschaften an Ja die sind schon hier voll im Gange Und da ist es auf jeden Fall richtig gut So welche Bugs zu haben Epic Games Ihr habt euch richtig gut Auf die Weltmeisterschaft vorbereitet Ja Richtig gut Wir haben ja alle Fehler behoben Schaut euch das mal bitte an Wie das hier aussieht Alle Fehler wurden hier behoben Es gibt keine Lacks oder Bugs mehr Also ich würde sagen Die Fortnite Weltmeisterschaft kann kommen Freunde Wenn ich dann so da rumlaufe Ey Ganz ehrlich Ich frage mich einfach nur Ob die Gegner mich auch so sehen Oder ob die mich in einem normalen Menschen sehen Oder ob die einfach auch nur so einen Kopf rumlaufen sehen Mit so einer Spitzhacke oder einem Sturmgewehr in der Hand Also jetzt mal ohne Witz Das ist ja Ey Wie dumm Wie dumm sieht das aus? Wie dumm Da hinten sind Gegner Ich gehe da jetzt einfach drauf Freunde Scheiß drauf wenn ich verkacke Ich wollte es euch einfach nur zeigen Wie ich hier rumlaufe Also wie ich hier spielen muss Freunde Ja Ist ja kein Wunder Dass ich hier keine Solo-Runde gebacken kriege Wenn mein Mensch nur einen Kopf hat Man muss sich das mal überlegen Nur einen Kopf Ist ja nicht so dass das nur kurz ein Bug ist oder so Am Anfang der Runde Nein es bleibt komplett die ganze Runde über Das sieht ja so dumm aus So Freunde Da den Eierwerfer rein Ja easy Easy Freunde Mit meinem geilen Skin hier Kein Problem Ich geh mir jetzt den Chak-Chak schön Das sieht so dumm aus Sieht so dumm aus Ich geh mir jetzt schön den Chak-Chak 2 Kills Mit dem Freunde schaut euch das mal bitte an Man sieht nur einen Kopf Und den Chak-Chak in der Luft Guck mal was ist das für ein Skin Ich weiß gar nicht was das für ein Skin ist Ich hab keine Ahnung Auf jeden Fall sieht das so dumm aus Unfassbar Freunde Unfassbar So warte jetzt habe ich hier gar keine Pumpkan Uiuiui Äh ne So Stark Pumpkan Sehr schön Ja Freunde Wie gesagt Das sieht wirklich übelst beknackt aus Ich versuche jetzt hier noch ein paar Kills zu machen Das ist meine zweite Runde Ich bin gestern aus dem Urlaub gekommen Und ja wie gesagt Skiurlaub waren wir War ganz nice Deswegen kamen auch jetzt vier Tage Keine Streams Aber jetzt wird wieder Jetzt werde ich versuchen Jeden Tag wieder einen Stream rauszuhauen Oh mein Gott ey Wie sieht das hier aus Ich weiß noch gar nicht was hier in Fortnite gerade los ist Wie gesagt Ich war auf der Skipiste Und ich kriege immer die Meldung So lootleg Da passiert irgendwas Da muss ich auch erst mal schauen Was da so abgeht Ich hab nämlich noch gar nichts gesehen Das sieht so dumm aus Das sieht so dumm aus Einfach nur ein Kopf der rumläuft Schreibt mal in die Kommentare Ob ihr sowas auch schon erlebt habt Also ich meine Sowas hier Freunde Sowas ja Ey ist das dumm Ist das dumm Der Kopf Was das für ein Skin Ich weiß es nicht Irgendeine Frau Kennt man Ich kenne den Skin Aber ich komme mal nicht auf den Namen Freunde Schreibt mal bitte rein Ob ihr sowas dummes auch erlebt habt Ja Und lasst dafür doch erstmal bitte ein Like Da ganz ehrlich Okay okay Jetzt hier Der Kopf Mit dem Plan in der Hand Und hier Bitte schreibt mal in die Kommentare Ob ihr auch sowas schon hattet Oh man Lasst bitte ein Like da Also ganz ehrlich Freunde Dafür Das ist doch echt beknackt Guck mal Epic Games Ja Ist gleich down Hallo Der schwebende Kopf Ja nice man Eliminierung mit der Maschinenpistole Direkt das nächste Hier Nächste Herausforderung Voller sieht Ich kann es nicht oft genug sagen Es sieht so dumm aus Drei Kills Nice Vielleicht hört das ja noch eine Runde Ich habe keine Ahnung Ich will doch hier jetzt gar nicht Auf High Kill Horn gehen Oder so Ich Also Ich wollte euch einfach nur zeigen Wie dumm ich hier rumlaufe Ach ja Wie gesagt Schreibt mal rein Ob sowas euch auch schon passiert ist Also ich hatte schon mal Dass ich Was hatte ich denn schon mal Ich meine dass ich keine Beine hatte Dass ich ohne Beine rumgelaufen bin Aber Oder dass ich keine Spitzsacke hatte Das hatte ich auch schon mal Ich konnte dann schlagen Was abbauen und so Aber ich Man sah einfach die Spitzsacke nicht Aber ich meine sowas Dass man nur den Kopf sieht Und die Waffe dann Die ich in der Hand habe Das hatte ich wirklich noch nie Freunde Also dass man nur den Schädel sieht Ne Also ganz ehrlich Das hatte ich wirklich noch nie So Hier ist jetzt auch noch irgendwo einer Oder Ich hab keine Ahnung Ja Das ist auch einer Ja Kommt gar nicht an Oh man Freunde Das sieht so behindert aus Ja okay Das ist ein Schützer Okay Das ist ein Schützer Shit man Wie gesagt Ich bin noch gar nicht eingespielt Komm er ist aus dem Urlaub Ey Shit Ja okay Okay das war's Freunde Och Gott ey Gar nicht eingespielt Freunde Auf jeden Fall So War ich jetzt in der Runde hier Also das war wirklich schon Sehr sehr komisch Lasst sehr gerne Like Da würde mich extrem freuen Für so einen Typen Wer noch nicht abonniert hat Sehr gerne abonnieren Glock aktivieren Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Video Haut rein Ciao Und er holt ihn jetzt noch Komm schon Hol ihn weg Nice Bis zum nächsten Video Ciao Ciao